Und komm, 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 ein bisschen näher, ein kleines bisschen noch, wah, ist ja das, nachladen, ah, komm ich nicht zu nah, gut, haben wir die, oh, ich will die Tür aufbrechen, es war, nein, im Moment, mir brechen wir die jetzt auf, wahrscheinlich gar nicht, oder, da ist jemand, geht mal von der Tür weg, jetzt, ah, okay, wir kommen nicht durch die Tür, das ist natürlich total doof, ähm, aber wir können da links, wie lange da jetzt keiner kommt, ist das gut. Gut, gelegt. Oh, und dann hat der jemand überlebt? Das ist Blut, oder? Oh nein, scheiße, ich hätte so lachen. Bleib unten! Scheiß drauf, wir gehen jetzt links, das reicht. Ach, ich hätte das oben auch abschieben, ach, ich bin so doof. Oh! Wo ist der mit der jetzt am besten? Lalalala! Bälzer. Schon wieder Kopfschutz. Und die andere Schulter auch. Nachladen, haben wir es ja voll. Mitnehmen. Und irgendwo wischtelt hier noch einer rum, das ist der mit der Keule oben. Das ist ja das Rosenblätter. Und da ist der unser Beste. Und haben! Und jetzt haben wir auch wieder ruhige Bahn. Ach, komm, komm mal, komm mal zulassen. Oh, 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 wenn ich das sehe, oh. Den werden wir brauchen. Ich weiß gar nicht, wie ich den mal in den Rucksack packen soll. Können wir uns vielleicht schon größeren Koffer kaufen. Den müssen wir da jetzt irgendwie reinbekommen. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ordnung schaffen. Okay, wir machen ein Letzt aufräumen. Oh. Oh, na ja. Wie kann man da jetzt auch nicht machen, oder? Ich warte mal. Ähm, wie tun wir das mal hier außen hin? Ich ziehe die Waffe nach oben, haben wir hier noch die Granate. Das wird doch irgendwie passen. Ähm, wie kann man das nochmal drehen? Das runter. Und das nochmal drehen. Den drehen wir auch. Bam! Okay. Hätten wir auch geklärt. Ähm, da kommen wir jetzt doch nicht machen. Wir müssen doch das Tor. Wetten, da kommen da noch welche. Das könnte ich wetten. Okay, doch nicht. Ich hättest wetten können. Lieber Händler, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Moin. Ja, hoffe ich. Ach, ein Koffer. Oh, 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 oh. Naja, brauchen wir wirklich. Brauchen wir. Verkaufen. Mit Verzierung. Okay, kann man verkaufen. Maske mit Edelsteinen. Aber wir brauchen Steinen, ne? Ähm, hm, hm. Okay. Können wir irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Ich würde sagen, dass das restliche Geld wird mehr zum Tunen verwendet, da brauchen wir auch kein Meintag einen Platz im Koffer. Höchstens viel mehr Munition, aber das passt ja gerade noch so alles rein. Was wollen wir denn tunen? Was brauchen wir denn alles? TMP-Promo 100%ig. Ladegeschwindigkeit, das ist, das ist wichtig. Punisher. Feuergeschwindigkeit. Lass einfach tunen. Und das Geld heben wir uns jetzt noch weiter auf. Schreibmaschine. Ja, bitte. So, gehen wir mal rein, Leon. Ein weißer Ladebildschirm. Oh, was Neues. Luis. 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 Dammte Kacke. Ich muss sagen, du hast einen ganz schön langen Penis. Luis. 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 Er war ein guter Mann. Davon müssen wir ein paar Schlucken, Leon. Und nach der Schreibmaschine kommt natürlich Speichern. Kapitel Ende. Für deinen Tod werden sie büßen, das verspreche ich. Oh ja, Leon, das wird auf jeden Fall sein. Und ich sehe hier gerade unten rechts Ashley. Okay. Oh nein, ich höre sie schon wieder. Oh. Ja, sie stöhnen schon wieder. Aber selbstverliebt bist du irgendwie nicht, oder? Und du hast irgendwie den gleichen Maler gehabt. Ja, sie stöhnen da unten nicht rum. Bin ja gleich da. Dass sie sich ohnehin gefangen haben, das... Oh. Wieso brauche ich nicht so lange, dich zu fangen? Ich habe schon Hoffnung gehabt. Lass mich erst noch ein bisschen Munition hier sammeln. Ich kann auch abhauen. Was ist denn los, Ashley? Das könnte jetzt wehtun, wenn ich es treffe. Okay, das tat doch ein bisschen weh. Nochmal. Ja, also ich dachte irgendwie, dass das Teil nicht so einen heftigen Durchschlag hat. Ah, ne, mal die Pistole. Oh, dann wird das auch ein paar Versuche brauchen. Oh ja, ne, wir sammeln später alles. Wir sammeln später alles ein. Ja, ha. Ich werde nicht mehr das alles abschießen können. Boah. Ja, ja, ja. Ja. Oh je, 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 je. Ja, 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 ein bisschen verfehlt. Mach dir keine Angst, also... Aha, schon wieder. Keine Angst, ich treffe sicher. Ähm, ja. Ja, das war ein bisschen falsch jetzt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nicht bewegen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. ARD Text im Auftrag von Funk